Bei Musik aus dem Bereich des Musicals, da gibt es auch einen großen Komponisten, Leonard Bernstein. Und der hat im Prinzip dieses Genre-Musical, wie wir das heute kennen, gerettet mit seinem Stück West Side Story. Der Musical war ziemlich angestaubt zur damaligen Zeit und Bernstein hatte die Idee, Musik zu schreiben, ein Musical zu schreiben, wo junge Menschen sich wiederfinden, um dieses Genre dann auch wieder in neuere Zeiten zu riefen. Und das ist ihm gelungen mit dem nächsten Stück der West Side Story. Und da spielen wir ganz bekannte Melodien aus der West Side Story. Viel Vergnügen! Musik 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 Amen. Amen. Amen.